Tonhalle St. Gallen, der Ort, wo im 1. Januar der Himmel voller Giga hängt. Das Neujahrskonzert des Sinfonieorchester St. Gallen. Es gibt keinen besseren Auftakt, als mit Phil Strauss, Walzer und Wiener Charme bis 2016 zu starten. Zum 8. Mal sind Sie Gast des musikalischen Genuss. Und zwar live bei Ihnen zu Hause. Ab 4. Mal begrüßen wir im Foyer Gäste, machen Interviews, haben eine Konzertvorschau und werfen einen Blick hinter die Kulisse. Das Neujahrskonzert auf TVO. Und natürlich auch diesmal moderiert im Duett. Die Live-Überträgung des Neujahrskonzerts mit Abacruz, Business Software für KMU, der Privatbank Notenstein St. Gallen und der St. Galler Stadtwerke.